Die Überbrauchten werden hingerichtet. Sie müssen sich beeilen, bevor sie mich auftrücken. Friedrich Steiner, es ist aus. Sie! Ich kenne Sie, Vokuta! Sie wissen nicht, was wir Ihnen angetan haben. Mason, reden Sie mit mir! Ihre Sünde hat vielen guten Männern das Leben gekostet. Es reicht. Okay. Um mich zu töten, wird Nova nicht aufhalten. Ja! Nova ist mir egal. Mein Name ist Viktor Resnov. Nein! Und ich werde meine Rache bekommen! Ich schwöre bei Gott, dass Steiner so gestorben ist. Resnov hat ihn vor meinen Augen getötet. Sie lügen, Mason. Sie haben Steiner getötet. Sie waren es! Resnov hat genau das bekommen, was er wollte. Rache! Wir haben den Bericht gesehen, Mason. Resnov hat Steiner nicht getötet. Hudson sah, was passiert ist. Zwei Minuten zuvor, Agent Hudson und Viva an der Südküste. Oder engst so. Viva! Ja, Hansen. Immer noch nichts von Mason. Wir müssen bis zur Forschungsanrichtung und Steiner holen. Die Enki-Truppe, los geht's! Alpha-Truppe, los geht's! Versteigen Sie, es geht los! Okay. Okay. Oh, hi! So, weiter geht. Oh, heiss. Strand. Oh, ho. Oh, ho. Ja, lo! Oh. Ja, von wo wäre ich denn noch geschossen? Scheiße! Oh, heiß, 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 heiß. Oh, verdammt. Tod. Wie soll man das denn schaffen? Hallo? Ich muss doch noch irgendwie, ich sehe. Oh, was stand denn da? So. Ach, der wird schon für mich gekillt. Na gut, das wusste ich nicht. Oh, tot! Wieder mal. Verdammt. Wer von wo? Euch beiden habe ich doch noch mehr Licht. Nein, hä? Komm schon. Mutter mit euch. Los, komm schon, komm schon, komm schon. Diesmal städt ich nicht. Oha. Komm. Oha, das wird knapp, das wird richtig knapp. Heiß. Hier kommt nichts weg. Heiß. Äh. Das glaube ich noch so. Oha, das ist blöd. Nein, jetzt kann mein Schutzanzug noch tot gehen. Äh, kaputt gehen. Oh, ey, wie. Hm, schön, dass wir sowas mal eingebaut haben. Aber, muss man ja so aufpassen. Das ist blöd. Also hier werde ich auch noch. Ich würde da dran sitzen. Das wird schwer. Eindeutig, das wird schwer. Das wird richtig schwer. Vollmann sieht ja nichts. Ich weiß ja nicht, wo man hier einen Schutz gehen kann und nicht. Und wo nicht. Geh mal oben hoch. Ich gehe eventuell im besseren, hier im Blick. Da sind welche. Ich glaube, das war's. Kann weitergehen. Weil muss man ja immer im Scope, wo immer, viel im Scope, mit dem Scope arbeiten diesmal. Ohne T.A.E. Oh, komm schon, ey. Ich schutz noch. Ja, toll. Nur war sechs. So lange die mich nicht. Wir sind für den nächsten da, ist noch eine. Komm schon. Jetzt muss ich's aber hinkriegen. Achso, ich kann warte, Mann. Halt, okay. Das wusste ich nicht mehr. Na, ich bin noch ein bisschen leise. Eher ist, weil schwere Missionen, also muss ich mich doch ein bisschen konzentrieren. Und auch wegen der coolen Musik, die da im Hintergrund läuft. Dann habt ihr ja noch wenigstens. Wenn ich nichts sage, dann hört ihr wenigstens noch schöne Musik im Hintergrund laufen. Also, gar nicht mal schlecht. Alter, wo sind die denn noch? Ich bin ja schon bei. Scheiße. Oh. Ja, ich sehe. Hoch mit dir. Äh, da um mit dir. Komm, ich bin ja lustig. Ich bin ja lustig. Okay. Ha, hab dich eh gesehen. Wir rücken zur Flanke vor. Weiter nach dort. Nein. Wir stehen unter Strattenbeschuss der Helikopter. Durchhalten. Wir sind knapp 500 Meter südlich vom Labor. Also, ich bin, ja, ich merke selber, dass ich diesmal sehr extrem ruhig bin. Äh, da, ja, mir fällt nichts. Wir stehen unter direkten Ausbeschuss. Da binden, Verstärkung, Ende. Och, komm schon. Hat er wenigstens zwischendurch mal gespeichert? Habe ich jetzt eben gar nicht drauf geachtet. Ja, das war gut. Das ist doch gut, dass er mal zwischendurch wenigstens gespeichert hat. Wir rücken zur Flanke vor. Weiter nach Norden. Verstanden. Wir stehen unter Strattenbeschuss der Helikopter. Durchhalten. Wir sind knapp 500 Meter südlich vom Labor. Was soll man das denn schaffen? Ach, da unten sind noch welche. Nein. Hier geht er tot als ich. Jetzt. Ich dachte jetzt, wir wären jetzt auch schon tot. Gegangen. Weil das hat sich nämlich stark danach angehört gehabt. Schauen Sie die Strähler für die Helikopter. Harzen, Sie müssen diese Helikopter rausschalten. Ja, mach ich. Nummer 1. Komm schon, komm schon, komm schon. Schade. Nummer 2. Komm schon, 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 komm schon